Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XIV Online Heavensward. Wir befinden uns in Cridania und befinden uns außerdem noch immer in der Warteschlange von der Sastasha-Höhle, von dem ersten Dungeon. Ihr seht, die durchschnittliche Wartezeit beträgt unter 5 Minuten, aber wir warten schon 36 Minuten und haben weder einen zweiten DD noch Healer oder Tank. Also das dauert schon eine ganze Weile und wird wohl auch noch eine ganze Weile dauern. Aber, damit ich jetzt nicht die Zeit verschwende und sinnlos rumstehe, hat mir ein Fanboon letzte Woche empfohlen. Geh doch mal nach Cridania. Dort sind aktuell die Osterquests und die schauen wir uns jetzt gleich mal an. Aber wenn wir jetzt sowieso gerade hier sind... Oh, guck mal, da sind schon überall Ostereier und so. Das ist ja lustig. Kann ich damit irgendwas tun? Naja. Ähm, wenn wir jetzt schon hier sind, dann können wir auch noch unsere richtige Quest hier machen. Schön ist nicht schön genug. Die haben wir nämlich, die ist so städteübergreifend. Erinnert ihr euch? Da sucht irgend so ein Typ seine Werkzeuge. Nikolaus? Ne, Nikolaux? Nikoliaux? Whatever. Oh, lol. Kann ich da wieder nicht rein, oder was? Oh, überall liegen die Ostereier? Wie geil ist das denn? Oh, lol. Da hängt sie. Oh, lol. Oh, wie geil. Das gefällt mir schon sehr. Jetzt aber Moment. Wie komme ich da... Was? Was? Wie komme ich denn da rein? Ach, hier vorne. Hallo, Idele? Was heißt denn du? Äh, Zimmerer am Amphitheater. Das sind alles so Logi-Quests. Rezeption? Hallo? Gildet der Zimmerer? Ne, 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 ne. Kommen wir jetzt nicht mit so einem Zeug? Beatin? Nein, da ist wieder der Beatin. Den kennen wir doch auch schon. Hat er dann ihn schon wieder kaputt gemacht? Ich ersetze das Ding nicht zum ersten Mal. Wahrlich nicht. Es ist ein Teil von mir, klagt er immer zu. Aber geht er ordentlich damit um? Nein, er ist einfach zu... Nonchalant. Es ist also doch ein Franzose. Er wurde ihm gestohlen. Der Ärmste, in diesem Fall werde ich sofort Ersatz leisten. Und sieh zu, dass er dich beeilt, ihn zurückzubringen schon. Denn er ist so empfindlich, wenn es um seine Werkzeuge geht. Schwupp. Okay. Dann haben wir ja deswegen schon mal erledigt. Müssen wir theoretisch nur noch nach Ulda irgendwann und das andere dort abholen. So, und jetzt möchte ich aber gerne die Osterquests machen. Werden mir die Osterquests empfohlen hier? Stufe 1, Stufe 1, Stufe 2. Großer Bruder, Feministbrief. Das klingt alles nicht sehr osterlich. Hallo. Wisst ihr ja, wo es die Osterquests gibt? Hallo. Hallo. Ist schon schön hier, ne? Handelshaus, schwarzer Hase. Oh, was haben wir denn hier? Aura-Kleidung, Rückeda-Kleidung, Mikote-Kleidung, Lalafel-Kleidung. Ja, Leck-Lalafel, das ist natürlich, das ist ein Lalafel, wollte man so daraus sprechen, gell. Jetzt pass mal auf. Was sind die sexy Katzenwesen? Mikote, gell. Mikote-Weste-Rumpf. Ist das einfach Transmuck? Kann ich mir das anschauen? Nein. Kann ich mir das anschauen? Nein. Wie kann ich das anschauen? Oh, Final Fantasy. Warum funktionierst du nicht wie World of Warcraft? Äh, anprobieren. Kannst du mit diesem Volksstabengeschlecht nicht anziehen? Äh. Okay, was sind wir? Aura, ne? Aura. Äh, wo ist Rumpf da? Anprobieren. Geh mal, geh mal hier nebendran. Äh. Einmal, das ist nochmal Rumpf. Anprobieren. Hä? Ach, benötigt Mann, benötigt Frau. Okay, 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 alles klar. Ah, nicht vergleichen. Oh Gott. Leckig, das ist so eine Qual hier. Anprobieren. Uuuhu. Okay, was haben wir hier noch? Ähm, gibt's schöne Hosen? Benötigt. Das steht, das benötigt gar nichts, aber es ist rot. Warum ist es dann rot? Weberstufe 1. Anprobieren. Ja, lol. Da gibt's die kurzen Mini-Röcker für unsere, für unsere Rasse. Was auch immer. Man kann wieder nur auf die Mumu zoomen. Lol. Der Mumu zoomen. Gibt's hier sonst irgendwas nützliches? Äh, plaudern. Werkzeuge. Oh. Oh. Ruft ein Kokobocküken, Schokobocküken herbei, das dich begleitet. Zumindest bis es seine Mutter findet. Preis 60 Gil, aber warum kostet es dann 2400? Hä? Marionette? Kirschbomberpfeife bestellen Bomber in Miniaturgestalt. Und was? Nein, nein, das bleibt nur den ursprünglichen Namen. Es ist wohl bekanntes Schokobockfutter. Okay. Was sind das für Prismen? Projizieren, Kristall, magische Lichtstrahlen. Sind das doch Spielzeuge einfach oder was? Ich frage mich, warum steht da Preis 60 Gil, wenn da hinten 2400 steht? Das macht mir ein bisschen Angst. Wenn's wirklich nur 60 sind, würde ich mir so ein Schokobocküken kaufen? Ah, nee, 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 es sind nicht nur 60. Also, go. Fuck you mit deinem teuren Scheiß. Kauf ich mir doch nicht. Und was gibt's hier? Tut mir leid, meine Dame. Wir haben keine Wahlen, das ist ein mehr. Blumenhändlerin. Okay, das brauchen wir alles nicht. Crap. Scheiß auf Blumen. Wetterprognose. Oh, nein, nein, nein. Oh, lol. Ha, geil. Was auch immer. Aber wir haben immer noch nicht die Osterquests gefunden. Sind die hier denn irgendwie eingezeichnet? Meteorologin? Händler? 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 Großer Bruder? Oder sind die vielleicht in Alt-Gridania? Da hinten ist diese Druidin. Oberboss. Vielleicht auf dem Markt? Oder vielleicht bei dem Theater und so? Wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal. Wo bin ich jetzt? Genau, da oben geht's nach Alt-Gridania. Also, ich meine, hier ist schon gut O-Stadt-Deko und alles. Aber irgendwelche osterlichen Quests habe ich da jetzt nicht entdeckt. Leck ist das ja alles bunt und schön in dieser Stadt. Da kannst du dich ja gar nicht satt sehen. Wir haben mal einen Sprint an. Überall sind Ostereierbilder. Wie cool ist das denn? Bambon-Tant. Hallo, Bambon. Oh, wo geht's da hin? Nordwald? Ne, da gehen wir nicht raus. Saskia-Ska. Herzlichen Glückwunsch. Deinem Namen mit Doppel-S. S-S-H-E. Wo? Warum hast du keine Stufe? Was hast du für eine Quest? Melanys Schülerin. Also hier ist auf jeden Fall auch Oster-Deko. Die ist überall die Oster-Deko. Sind hier irgendwo besonders viele Spieler? Da hinten tummeln sich ein paar. Was hast du für eine Quest? Roseninvasion. Oh, lol. Knospe des Vertrauens. Gärtner-Gilde. Gärtner-Gilde. Ja, das ist aber halt auch nichts, oder? Bist du eine Oster-Quest? Hallo? Oh, der hat irgendeine Blumen auf dem Weg verstreut. Können die Hilfe beim Aufsammeln gebrauchen nehmen. Das ist bestimmt keine Oster-Quest. So eine langweilige Sache. Währenddessen hier immer noch 5 Minuten Wartezeit und 3 Viertelstunde wartet schon lange. Nice. Läuft bei dir, Final Fantasy. Läuft bei dir. Gate-Set. Ja, da hinten können wir mal schauen. Aber es sind halt auch keine Quests eingezeichnet. Juni! Jack Ugly. Ja, Leck, bist du hässlich. Bist du ugly? Wo? Hallo? Also es ist auf jeden Fall auf jeden Fall muss das Event schon stattfinden. Sonst wäre die Deko nicht da. Macht Sinn, ne? Das heißt, wir müssen die Quests einfach nur finden. Macht Sinn. Die muss irgendwo, die müssen sie geben. Es sei denn, es ist nur für High-Level, aber das glaube ich nicht. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das ist hier. Wir können ja mal noch hochschauen. Dann haben wir auch mal hier Cretania noch schön erkundet. Habe ich auch alles noch nicht gesehen. Da stehen ein Haufen... Was soll ich jetzt sagen? Ein Haufen Dekosachen stehen rum. Ziemlich viele Dekosachen. Hallo? Geht's hier? Wo geht's hier hin? Wohnstätte der Helden von Cretania. Ist ja zugegangen. Ach, das ist Housing von Cretania hier. So wie in Ulda. Das Housing für uns. Das wir noch nicht nutzen, weil wir noch keinen Cola haben. Und nix. Hm. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Hallo? Gibt's hier Osterquests? Waffenhändler. Das Centauch im Auge. Hier gibt's bestimmt keine Osterquests. Habe ich die schon harmonisiert? Oh, nee. Habe ich nicht. Oh. Oh. Oh, lol. Die haben hier auch einen Steg und eine Fähre und so. Oh, Gile, da pikeniere. Ja, euch brauche ich ja sowieso mal. Das ist ja nice. Jetzt weiß ich schon mal, wo die ist. Weil, ähm, wenn man, ich glaub, Faustkämpfer kombiniert mit Pikenier, dann wird man später Mönch. Habe ich das richtig gelesen irgendwo an euch Final Fantasy Spieler? Das, glaub ich, muss ich zusammentun. Und mit zusammentun meine ich, ihr wisst ja, dass wir quasi... Habe ich euch am Anfang schon erklärt. Wir sind jetzt hier Faustkämpfer, ne, unterwegs. Faustkämpfer Stufe 19. Aber, im Gegensatz zu anderen MMOs, muss man nicht einen neuen Charakter machen, wenn man eine neue Klasse will. Sondern man wechselt einfach die Haupthand. Das heißt, wenn ich mir da jetzt eine Pieke... Ach, du Scheiße. Ich glaub, wir haben die Osterquests gefunden. Ha! Ha! Und er läuft hinterher! Wie geil! Ha! Ha! Jedenfalls wechseln wir einfach die Haupthand und dann wechselt man auch die Klasse. Man kann hier quasi auf einem Char alle Klassen leveln. Und wenn ich jetzt Pikenier hier hochleveln würde auf 10 oder 15 und Faustkämpfer auf 30 oder irgendwas, dann werde ich zum Mönch. Und das ist dann so eine Hybridklasse irgendwie. Ich weiß auch nicht genau. Das muss ich mir dann mal noch anschauen. Gibt es hier Osterquests? Ah, ist das der Markt von... Von Dingsbunk... Oh, lol! Ich hab das Gefühl, irgendwelche Wesen klauen hier ständig irgendwelche Scheiße. Oh, hier ist viel los. Schattenlaube. Warum ist hier so viel los? Hilf mir mal. Wunderschönen guten Tag. Du willst ein Gehilfen anstellen? Erleichtern vielmein das Leben? Beträchtlich helfen bei der Verwaltung ihres Inventars? Aber einem so jungen Mädchen wie der kann ich kein Gehilfen vermitteln. Oh! Aber doch. Ich will Gehilfe. Erdscherbe. Ich kann Hilfe bei der Schaffung, Gegenstände, Klage. Das sind alles keine Osterquests. Gib mir die Osterquests. Gib mir die Osterquests. Boah, leck. Habt ihr euch gestritten, ihr zwei? Hier steht Rücken an Rücken mit verschränkten Armen. Schneider gibt es hier. Ja, Juwelier. Das ist eindeutig. Das ist der Markt, ne? Wo ich ja unterwegs bin. Truhe der Gesellschaft? Lol. Kann ich da looten? Oder ein Osterkorb? Was ist denn bitte die Truhe der Gesellschaft? Gibt du das? Truhe der Gesellschaft. Ne, Moment mal. Das ist etwas anderes, oder? Das ist nicht das. Guck mal auf der Minimap. Auf der Minimap stehe ich jetzt mit dem Rücken zur Truhe der Gesellschaft. Wo ist hier eine Truhe der Gesellschaft? Andererseits steht hier halt auch nichts rum, außer das Teil hier. Okay, aber zurück zum Thema. Wo sind die Osterquests? Gerbergilde. Lederwaren. Sind die hier oben bei dem großen Haus? Ah ne, das ist die Gerbergilde. Da wird es bestimmt keine Osterquests geben. Seiden sie ziehen den Osterhasen des Fell ab. Lerl. Das wollen wir aber nicht hoffen. Aha. Parab 8 Spuren einer Nacht. Rückkehr der Träume? Moment mal, das ist ein Stufe 15 Quest. Stufe 15 Quest. Die können wir uns mal anschauen. Oh lol. Andere Musik. Hier sind wir bestimmt richtig. Was bist du? Wartet ungeduldig auf seine Wachablösung. Aber ich bin mir nicht sicher, dass das damit was zu tun hat. Wenn du für Anstrengung springendes Sprinkerns für Experten teilnehmen willst, musst du Anfängerrunde, Runde für Fortgeschrittene gemeistert haben. Ja und wo kann ich dich machen? Möchtest du unsere Dienstlein annehmen? Weil wir kannst du Kontaktkreis anlegen, wenn du willst. Wir werden in Verbindung fallen und keine Ahnung mehr verzichten. Loll. Weil man lernt mal neue Sachen. Aber viel lieber würde ich hier zocken. Für Experten? Nein. Wo ist denn? Wo ist denn nicht für Experten? Ah, Anfänger. Eierzählerin. Hier findest du eine springende Sprinkerns. Wenn du dein Eierzähltalent unter Beweis stellen willst, werden dich an meinen Kollegen Jihil. Endlich haben wir sie gefunden, Leute. Endlich haben wir sie gefunden. Wo ist der Jihil? Ich weiß nicht, was machst du hier? Wir haben geschlossen. Wäre doch jeder Tag ein Fest. Oh, lecker. Voll Debrie. Voll der Emo auf dem Osterfest hier unterwegs. Da ist ein Sprinkern und er hat ein Ei gestohlen. Oh, lecker. Gibt es wieder? Hey, hey, hey. Ei, ei, ei. Wer bringt es getragen? Was ist die Wundereiersuche? Ja, Mann. Geht auf einen prophetischen Traum zurück, den Jihil Alipo hatte. Eigentlich reichen die Ursprünglichen, das wäre jetzt ja noch weiter zurück. Bis zur siebten Katastrophe. Intens Traum steigende zwölf weißen Helden hat versucht, eine große Katastrophe abzuwenden. Aufwunder mit der Wundereiersuche, Rückkehr der Weißen und gleichzeitig Dankbarkeit. Okay. Erzähl mir etwas über die Eierjagd. Wir haben hier eine Transition. Sie taucht fast immer in Intens Traum. Ja, bla, bla. Dieses Mal müssen möglichst viele Wundereier, die in der ganzen Stadt versteckt sind, innerhalb einer bestimmten Zeit gefunden werden. Wenn du Zeit hast, solltest du unbedingt daran teilnehmen. Während der Wundereiersuche taucht das Fade, fröhliche Eiersuche, irgendwo in Altgedania auf. Strahlende Glückseier, die du als Belohnung erhältst, kannst du gegen saisonale Gegenstände und andere Preise eintauschen. Ja, das klingt doch mal ganz gut, ne? Ah, ein fatales Ereignis geschieht in deiner Nähe. Das wird es jetzt wohl sein. Ist das jetzt überall? Ne, es ist nicht überall. Wo ist's? Wo ist's? Wo ist's? Wir sind doch in Altgedania, oder sind wir neu? Ne, wir sind in Alt. Ja, lol. Ich bin hart verwirrt. Ich bin hart verwirrt, warum es mir nicht angezeigt wird. Aber jetzt gucken wir mal hier rein. Ah, da ist der Chihil. Und er hat auch diese Stufe 15 Quest. Ist nur für die Dauer saisonalen Eingriff. Hier, strahl also dich erblickt. Dann strahl mal weiter, Baby. Sag mir, was du willst. Doch, das ist schon eine Frau. Lol. Ei, 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 wer bringt's getragen? Wunderei in bunten Farben. Mach mit bei der lustigen Eiersuche. Ich sollte mich vielleicht erst mal vorstellen. Mein Name ist Chihil, und du bist Luni. Nun, Luni, ich verbringe meine Zeit damit. Woher diese Faszination will, zu wissen? Ja, den Traum, das haben wir schon gehört. Okay, anscheinend zahlen sich unsere Mühen zu langsam aus. Die Weisen haben mir nämlich im Traum weiterhin beschert. Dann sind noch viele Eier... Okay, alles klar. Im Prinzip geht's drum, dass ich Eier suchen will. Du hilfst uns doch, oder? Ich verspreche dir auch, dass du nicht leer ausgehen wirst. Den Schatz der Weisen werden wir natürlich mit allen teilen. Sprich, am besten mit meiner guten Freundin Nonota. Sie wird ihr weitere Einzelheiten zur Teilnahme geben. Okay. Nice, saisonales Ereignis. Ähm, Nonota, das ist die da vorne. So, das ist die da vorne. Die haben wir alle. Ne, haben sie nicht. Das Fade ist jetzt noch nicht da, ne? Okay. Ja, meine lieben Freunde, wir haben 20 Minuten jetzt das Festplast gesucht. Jetzt haben wir es endlich gefunden. Die Wadeschlange hat sich noch nicht gerührt. Von daher möchte ich die nächste Episode dann jetzt ganz dem Osterfest widmen. Und mache an dieser Stelle Schluss. Ja, wir drehen uns so rum. Das ist schöner, hä? Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, denkt bitte dran, das Video positiv zu bewerten. Schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Muni und ich bin raus. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.